Diese Einigkeit muslimischer Verbände gab es bisher nur in der Kopftuchdebatte und in der Diskussion um die Mohammed-Karikaturen. 21 muslimische Verbände haben sich auf einer Pressekonferenz am Vormittag eindeutig gegen das Kölner Urteil gestellt, das in der religiösen Beschneidung den Straftatbestand der Körperverletzung erfüllt sieht. Die Verbände, von der DITIB über die alevitische Gemeinde bis hin zu Milligörisch, fordern gesetzliche Klarheit. Bis zum Kölner Urteil sei die religiöse Beschneidung nicht unter Strafe gestellt gewesen. Gürschan Mert von der türkisch-islamischen Union. Wir fordern somit den Deutschen Bundestag sowie die Politik auf, schnellstmöglichst zu handeln, diese Rechtsunsicherheit zu beheben und eine gesetzlich geschützte Regelung für die Beschneidung von Jungen zu erlassen. Die 21 muslimischen Verbände fordern, dass der Straftatbestand der Körperverletzung um die Ausnahme der religiösen Beschneidung erweitert wird. Diese Gesetzesänderung würde die Beschneidung wieder eindeutig erlauben und damit die derzeitige Verunsicherung muslimischer Eltern beenden. Niemand von muslimischer Seite rät momentan öffentlich, religiöse Beschneidungen durchführen zu lassen. Denn unter Umständen würde er sich wegen des Kölner Urteils damit strafbar machen. Der Sprecher des Koordinationsrates der Muslime, Ali Kisilkaya. Wir können auch den Eltern erst dann was sagen, wenn das ausgiebig geprüft wird. Aber die Situation ist der, dass die muslimischen Eltern zurzeit vor einem großen Gewissenskonflikt stehen. Und wir wollen auch keinen Beschneidungstourismus ins Ausland. Also das sollte auch der Gesetzgeber bedenken und verhindern. Mitglieder der jüdischen Gemeinden fehlten bei der Pressekonferenz. Es herrsche aber Konsens in der Beurteilung des Kölner Urteils, sagt Gürschan Mert von der türkisch-islamischen Union. Das Urteil verachtet die Religionsfreiheit und nimmt keinerlei Rücksicht auf die seit Jahrtausenden weltweit durchgeführte rituelle Praxis in unterschiedlichen Religionen. Zudem wird die Diskriminierung gefördert und legt somit den Grundbaustein für eine erneute kulturelle Identitätsdebatte. Auf dem Podium saßen heute Vormittag ausschließlich Männer. Wie muslimische Mütter die Diskussion beurteilen, ließ sich damit nicht erfragen. Eine einzige türkische Frau mit Kopftuch stand etwas abseits. Sie wollte sich aber auch auf Nachfrage nicht zu dem Thema öffentlich äußern.